Nein. Scheiße, wie sieht er uns hier nicht? Ich sollte auf die Karte schauen, wo es ein paar Hände gibt. Vielleicht wird es mir erzählen, wo Gilner die andere Noten verlassen hat. Ah, der geht dahinten. Okay, wir haben es. Woll mal was! Ich kann es jetzt nicht lesen. Ich kann es nicht sagen. Ich kann mich jetzt tatsächlich nicht so gut aufpassen. Wir müssen jetzt zur 17. 17, 13, 14. Okay, kann ich jetzt hinsehen. Der kommt noch hier hoch. Aber hier seht ihr uns nicht. Kann ich sonst hier lang gehen. So, hier muss ja irgendwo eine Karte in der Nähe sein. Ähm, hier. So, 17. Was wollte ich 17 oder 18? 17 haben wir da hinten. Ah, okay, I see. Ähm, 17 haben wir da hinten. Ah, ich kann es lieber hier lang gehen. Hier hinten müsste die 17 sein. So, irgendwo hier. Ja. Ja, vielleicht. Ähm. Zu unserer linken haben wir die 18. Nicht ganz. Oh Gott. Scheiße. Scheiße. Kann man sich sehen hier. Das war knapp. So ganzblickig ist nicht. Wenn hier die 17 ist, müssen wir dann hier lang. Ach. Hier ist die 13. Da müssen wir nicht lang. Das ist in die andere Richtung. Hä? Ich... Oh Mann, ich hab ein Brett vom Kopf. Was ist denn hier lang irgendwie? So. Aber wir hier sind was schon richtiger. Und sind wir ziemlich... Nein. Ein... 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 Aaaaaah! Oh fuck. Hoffentlich gab es uns diesen Checkpoint. Bitte, bitte. Ich will es nicht nochmal... Also... Ich will doch gerne mit der Karte, die ich jetzt habe. Bitte, bitte. Hoffentlich habe ich die Karte. Ja, sehr gut. Ich glaube, ich hab so. Ich glaube, ich hab so, ne? Ich glaube, hier sind wir ganz richtig eigentlich. So. Also... Wir haben jetzt zwei Türen. Wir haben eine 16 und eine 17. Kann man ja irgendwas erkennen. Ah, eine von den beiden. Welche ist das denn? Wenn ich hier stehe, dann würde ich sagen, ist das die 16 und das die 17. Ja, richtig. Was war das andere? 13. Okay. 13 haben wir... Da runter und dann links. Mist. Oh man! Alles nochmal neu? Oh. Oh, jetzt muss ich ja noch warten. Ich warte nicht. Ich laufe... Oah, come on! Mildly unamused. So, beeilen. Wenn ich keinen Bock habe, aber hier sind wir total... Falsch. Wir müssen ja einmal rum. Wir müssen nämlich da hinten hin. Hier ist schon wieder einer. Der Zweite. So. Ich glaube, hier war es. Hier war der erste Richtige. Nein, war es nicht. Alter, wo ist der verfickte erste Richtige? Ah, 17. Da hinten. Oh, geh halt weg. Oh man! Oh man! Oh man! Oh man! Oh man! Oh man! Ja. Boah, das macht mich mega ungeduldig gerade. Ich will einfach nur da durch jetzt, ne? Also ich habe diesen starken Impuls, der jetzt... Einfach nur durchzugehen und... Ich will mich jetzt hier nicht von so einem blöden Geist aufhalten lassen. Oh man! Ja, ich gehe die Treppe hoch. Ich laufe hier lang. Dann war das hier vielleicht der richtige Weg, wenn ich Glück habe. Ja, war richtig. So. Dann... Was ist 13 der nächste Richtige? Hier... Und dann nach links. So, hier lang. 13, sehr gut. Der nächste war 14. Der nächste war 14. Der nächste war 14. Wo ist der denn? Mann! Ah! Geh weg! Oh, jetzt gehe ich wieder zurück hier. Ich will nicht, dass die Lampe ausgeht. Geh halt irgendwo hin. Also, wenn das die 17 ist, das ist die 16. Dann ist die 14. Scheiße, da hinten. Ne. Da hinten durch und dann rechts. Scheiße, da hinten ist die... Scheiße, da hinten ist das die, ist das die Richtige. Hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich. Nein, das ist sie nicht. Nein! Ah, nein. Das war die zweite. Dann bin ich durch die 15 gelaufen. Der nervt. Das ist die 15. Dann ist das die 14. Das hier. So, das müsste es sein. Alles klar. So. So. Okay. 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 ok ich sehe schon wir machen jetzt mit der kurbel das hoch sein ist ein minenwagen drin und schieben wir nach da haben den hebel umgelegt dann fahren wir darunter und wir sind draußen verstehe ok jetzt muss ich noch wissen wir können ziehen ich mache eigentlich doch irgendwas zum aufnehmen okay so dann spaß noch mal zurück komisch dass wir nicht schieben können können ziehen das geht ja in echter im affentempo beeindruckend dauert ihr noch fünf jahre so als wir schieben so war schon richtig meinten wir nicht so schön ganz zurück ich glaube das müsste es sein der freund so jetzt vertaufen die von alleine langsamer durch die bretter durch mach tja gut so viel dazu ach hier geht's raus ok alles klar doch hinne ist ne läuse es ist gelman ist er Gott ich glaube er ist noch nicht ich habe keine Herz bastard Oh, ganz schön kräftiger Bursche. Ja, was muss ich machen? Okay, dann laufen wir mal. So, da ist das schon mal ganz gut. Ah, klar. Ja, ja, ja. Natürlich sind hier noch weitere. Die hier aus allen Seiten kommen. So. Ah, das war knapp. Das war knapp. Das war knapp. I got it. I got it. So, gab es Checkpoints oder mache ich das Ganze jetzt nochmal? Okay. Ich weiß nicht genau, ganz ehrlich, was ist jetzt der Punkt? Wo hätte ich hingemusst? Ich laufe einfach mal. Alter, er wollte nicht greifen. Oh Gott. Das sind so die Momente, in denen diese Gameplay-Mechaniken in diesen Spielen nicht mehr so gut funktionieren, glaube ich. Weil, die werden jetzt so mega frustrierend. Also, ohne dass es jetzt ein großer, äh, ein großer Freudengewinn ist, den man jetzt hier erlebt. Ich laufe einfach mal weiter wie ein Irrer, weil... Ich brauche dich, dass diese Blaske, die mich zu sterben haben. Ich hab das gemacht, was da stand. Das hab ich aufgenommen, das habt ihr gerade gesehen. Ducken und hinter den Metallplatten Schutz suchen. Das hab ich doch gemacht. Was soll der Quatsch? Ehrlich. Das ist jetzt so ein total beschissener Child Error. Ohne, dass das Spaß macht. Also Gameplay-mechanisch. Es ist nicht gruselig. Es ist keine Herausforderung. Es ist einfach nur nervig. Und total fummelig. Come on. Schenk mir das doch gerade. Das ist doch... Hey, hey, hey. Oh Gott. Nicht so meins, um ehrlich zu sein. Ehrlich. Das ist ja keine... Das ist ja keine wirkliche... Mechanik. Das Herz ist seine Schwierigkeit. Wenn ich ihn da drüber schaffe... Dann wird alles vorbei. Ich weiß halt nicht, wo ich hin muss. Okay. Nice try. Okay, das ist unser Vater. Sorry. Deswegen tut der uns auch nichts. Was haben wir denn überhaupt angefangen? Oh. 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 Oh.